Willkommen bei der Tischlerei Rainer Böhme in Sangerhausen. Wir bieten Ihnen hochwertige Einrichtungen nach Maß. Von Treppen, Türen sowie Holz-Aluminium-Fenstern und Wintergärten bis zum individuellen Möbelbau. Auch übernehmen wir die Restauration am Bau. Wir stehen für Qualität, absolute Auftrags- und Termintreue sowie Kreativität und Design. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.